Musik 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 Ok, da sind wir wieder Ehm, ich hatte einer Wir hatten, einer von uns beiden hatte irgendwie Diskonik Kacke oder sonst irgendwas Ja, das ist Leo gewesen der hat wieder so ein Scheiß Junge Äh Die Person hat mich angestupst Ich muss den auch mal anstupsen Da, anstupsen Wer hat dich angestupst? Achso, die Person Der Kollege, ja? Ja, der Kollege Der Kollege, ja, ja, ich seh's Ähm, was wollte ich machen? Ah ja, ich wollte bauen Wie weit ist denn der Leo? Oh Oh, wow Süß, ne? Das ist sehr niedlich Ja, wow Finde ich auch Ja Äh Ah Erweiterte Bauoption Oh Scheiße, jetzt leckt's bei mir Minimal rum Ah ja, die wollte ich wieder löschen Ok Alles klar Hm Oder der Kollege fängt jetzt auch an an zu spielen Junge, du musst mal wieder was sagen, das Rauschen wird immer lauter Ja Ja Bin dabei Gut Wer fragt gleich, äh, ob er mitspielen kann? Ja, ne, geht aber nicht Oder er lädt uns zu, äh, oder er will uns zugucken Oder geht das? Ja Übertragen Über Steam oder über Anno, ja Aha Aber dafür musst du es ja uploaden, ne? Über Steam ja, dafür musst du ja dein Bild irgendwie aufnehmen und uploaden und so, oder Ja Irgendwie, bei mir leckt jetzt gerade alles Ja, aber das Ach, du Idiot, du Idiot Das hätte so übelst Du bist voll der Idiot, weißt du das? Ja, ich weiß Jetzt muss ich das Soll ich das rausschneiden? So einen kurzen Piepton drunter legen? Ach, ist doch nicht schlimm So einen Piepton Ja, warum nicht, man? Wir wollten keine Namen sagen Soll ich das machen, oder nicht? Kannst du einfach den Ton russchneiden, oder? Ja, aber dann ist da so ein Kack, äh, das Unterbrechung, warte mal Ich hab mal einen Zettel, wo ich mir das aufschreibe, dass ich das machen muss So, da seht ihr jetzt mal ganz kurz nichts auf meinem Bildschirm, weil ich muss mir das gerade aufschreiben, dass wir das rausschreiben Warte, der hat mich gerade angestupst Ähm, hast du gerade mit dem Kollegen gesprochen? Also geschrien, meine ich Warte, der hat mich gerade wieder angestupst Äh, kann ich rüberkommen, ich würde mich auch Äh, ja Ähm, der will uns zuhören Achso, der will uns zuhören Hey, der passt doch gar nicht in den TS mal rein Warte Ähm Boah, Alter, wie man einfach mal nur seine Tasten klacken hält, ey Ja, warte, ich schreibe leise Ne, ich hab ja nichts dagegen, ich wollte es ja nur sagen Äh Ich wollte es ja nur sagen So Ähm Ähm Ja Äh Naja, dieses Übertragen zieht halt übelst Internet und das leckt dann so derbe Ja Würde nicht gehen Ah, der hat mich nicht gefragt, ob So, jetzt muss ich hier mal gucken Also jetzt, da habe ich nicht... Okay Trenchcoat ist aufgetaucht Die gölle Sau Aber ich meine... Oh, danke, dass du geredet hast Äh Ja Du meinst, ja Du meinst, ja Man dürfte doch eigentlich den Nickname nennen, oder? Den Nickname Den Nickname Also ich meine jetzt nicht unbedingt von der Person, von der ich gerade gesprochen habe, sondern vom Kollegen Ja Ja, ja, vom Kollegen Okay Der Name Der Name Der Name Hä? Was hast du gerade gesagt? Ja, John G. oder Geiles New Rules Ja Ich muss sagen, aber der Name Geiles New Rules Okay, wenn ich weiß von John G. Der Geiles Der Name Geiles New Rules Der hat was Ja, der hat einfach was, weißt du Der vereint einfach alle Möglichkeiten, die er im Namen haben kann Oh ja Oh, es hat gezischt Kommt denn wieder das Summen Ja, oh lol Der gewisse Kollege, also nicht der Kollege, sondern der andere Kollege Ja, ich hab's gesehen Jetzt fehlt nur noch, dass der dritte Kollege ankommt und das aufspielt Äh Äh Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass der von gerade Der Rafa XDS Mhm Äh Äh Mit John G. jetzt andere spielt Jo, kann er doch machen Hä, was soll ich dir nicht schreiben? Ach so Wir sind nicht Wir sind nicht Äh Doch ich kann nicht schreiben Nice Wie laut das einfach mal nur ist, äh Ich kann nichts dafür Ja, doch Da guck mal nochmal wegen äh Lautstärke, Mikro und all sowas, ne Ja Ja, mach ich später So, kann ich jetzt hier bestellen, ja Alter, war der Witz Was denn? Jedes Mal, wenn die diese, äh Wenn diese Meldung da unten kommt, kann ich nicht auf meine Taskleister zugreifen Und spiel Was für ne Meldung Naja, wenn der und der das spielt Ach so Hä, ist doch voll klein Also bei mir, überdeckt die das Ganze, oder was? Ja, naja, so das Wichtigste Aber, also ich kann bei mir hier noch dieses Baumenü-Dingsbums angucken Äh, so anmachen Und den Abrissmodus kann ich auch machen Das funktioniert noch bei mir, ja Naja Naja Neue Euro Kann ich das mal umstellen? Hä Wann kommt denn hier meine Kack-Lieferung an Werkzeugen an? Ich kriege hier bald ne Kräse Oh, jetzt kommt sie an, jetzt wo ich wegfahre, jetzt wo ich wegfahre, kommt sie an Na, wie weit bist du? Ja, ich Aber Bin unterwegs Ja, liebe Zuschauer Wie bist du? Wenn ihr so dem Leonard zuguckt, das ist der Shit Wieso? Ja, ich bin mal gespannt, wie deine Aufnahmen dann aussehen Ja Ja, ich bin in einer Stunde schon bei der Atombombe Ja Das, äh 5 Euro, dass du das nicht schaffst Ne, ich wette nicht um Geld Ich wette nur, wenn ich mir absolut sicher bin, dass ich gewinne Ja Ja, aber würde ich auch sagen Kann ja irgendwas passieren So ein T-Rex kommt in mein Zimmer und macht mein Mikrofon kaputt, weißt du? Und dann Und dann Na, wird das nicht mehr Da beißt dann, der haut dann so mit seinen kleinen Armen dagegen, ne Und dann, und dann, und dann, und dann Alter, ohne Scheiß Da ist Popschutz auch nichts mehr Wenn du schlecht drauf bist, denk einfach daran, wie ein T-Rex sein Bett macht Das sieht voll geil aus Ach, du hast keine Angst, dir die Hände schmutzig Mein mit dem übelst kleinen Arm und so WTF Das ist, eine voll die geile Vorstellung eigentlich Wow, seine Haare Wie ein T-Rex so ein Bett nach, ey, wie kommst du immer auf den Kack, ey Ja, das hab ich von Instagram Ach so Ja, das ist, das war so ein Bild Hab ich von Instagram Das denke ich mir doch nicht aus, was hältst du denn? Hä, ich dachte, du hast doch Fantasie Ich dachte, das kam von dir, das wär voll geil gewesen Ja, nee, nicht so eine Fantasie Hast andere Fantasien, ne? Oh, ja Oh, ja Aber die Fantasien hättest du auch gerne mal Ja, hab ich doch Boah, jetzt brauch ich echt für den Kack-Beton Ja Hab ich noch nicht gebaut, Scheiß Alter, bei mir läuft's momentan richtig Richtig Gut Ähm Ich hab ne Inselgesichtes Schon wieder Geil Hast du schon, äh, hier Hektors Insel? Ja, aber da bin ich noch nicht hingefahren Ach so Okay Ja, davon hab ich ihn Gut, dann können jetzt die zweite Stufe errichtet werden Das ist sehr schön So, was brauch ich denn dafür? Ich brauche Gold Was denn? Ich kann das weg zugemacht Ah ja, da bin ich auch schon dabei Ja, aber du hast eine kleinere Stadt Ja Nicht mehr lang Naja Schon klar Ja 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 Was denn sonst, ne? Ey Oh, war ich wieder auf Werkzeug geworden? Ich coronavirus Ich hase es, einfach nur Abgrundtief die die abgrundtief die aktive grund abtief und jetzt hat es mich überwört warte mal abgrundtief und ja auf mich zu verwirren ich mag das nicht das dauert einfach nur so ewig mit den werkzeugen das rauschen kommt wieder sagt man muss ja ich führe heute ich bin am überlegen so ich habe mir ja am dienstag aber dienstag habe ich mir fuckcry 2 geholt ja weil ich am wochenende zum zehnten mal 1 durchgespielt habe echt und mir langweilig war so für pc oder so und also fucker 1 habe ich bei mir am pc gar nicht mehr gestartet kommt was da war ich alter anschaut es ist es hast du wieder erzählt ich habe mich schon gewundert ich habe anschaut ich habe mir ein charakter 2 gekauft gut dass wir das erklärt haben ja 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 und dann wollte ich mir auch nur was da verfolgt mich einer ja sektor ja ja wirklich okay er glaubt gegen zwei boote kommst du nicht an oder das war's dann mit deinem boote ne das war's dann mit deinem boote ne unterwegs war warte mal ich versuche mal noch dein zeug sein zu sammeln ja das war ein auftrag okay ich hol's mir wieder ja mach das wo war ich ach so ja hoffentlich greift er mich jetzt nicht an ja bitte nicht bitte ich sollte mir dann den dritten teil von meinem bank nachbar ausleihen ja und er hat mich schon so oft gesagt ja ich habe es meinem kurs ausgeliehen ja und ich habe das gar nicht mehr ich frage mich was denn dafür spiele hat weil er zu jedem spiel was ich mir von dem ausleihen will sagt ja ich habe mein kurs ausgeliehen naja nächstes jahr kommt dann antwortet viel raus und das sieht sehr sehr geil aus ja dann wünsche ich schon mal viel spaß ja wo ist es dir für pc oder play sie das ist nur also das ist nur für playstation ok ok alles klar ja das war die netz wasser ich sollte mal wieder ein kurzer kraftwerk hast du dir eine insel geschniggert wasser der landenname war die socke hat eine neue insel besiedelt das ende war ein bisschen verschluckt also ich verstehe also ich stehe warte mal ich habe die teile die ich von dir genommen bin ein konto rein ok das geht gar nicht das geht nicht ja mich mal auf see handeln hast du schon ein neues schiff ne noch nicht alles schlicht doch jetzt ja ich habe es raus und fährt was auch da kommt ne wusste da ist es auch die geburt war erfolgreich ok hier ich habe sie hier hingepackt als treibgut kannst du das aufnehmen gerne doch